Guten Abend, alle zusammen! Ich danke euch vielmals, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, hier zu sprechen und ein Teil davon zu sein. Es geht darum, hier auch ein deutliches Signal für den Rest der Welt zu setzen und für die Leute auf der ganzen Welt. Es geht darum, das zu tun, obwohl die verschiedenen kapitalistischen Systeme in den verschiedenen Ländern versuchen, die Einheit unter den Leuten zu zerstören und uns in verschiedene Schichten zu teilen, verschiedene Teile. Mein Name ist Saeed Amir, ich bin 21 Jahre alt, ich komme aus einem palästinensischen Dorf namens Sa'in. Es ist ein kleines Dorf, das sehr unter der Unterdrückung durch die Besatzung dort zu leiden hat. Gleichzeitig benutzen wir gegen diese Unterdrückung unseren gewaltlosen Widerstand, weil wir daran glauben, dass der Widerstand friedvoll oder gewaltlos sein muss. Diese Art, gegen Unterdrückung zu kämpfen, ist eine universelle Art und hat verschiedene Inspirationsquellen, die aus der ganzen Welt kommen. Und es erfordert eben eine Menge von Mut, gegenüber der Maschine oder den Panzern zu stehen, die eben kommen, um uns zu unterdrücken. Und diese Art des Kämpfens war international ziemlich erfolgreich und hat schon viele Unterdrückungssysteme zum Sturz gebracht. Wie zum Beispiel der Kampf im von Großbritannien besetzten Indien, der eben gewaltlos war und von Mahatma Gandhi angeführt wurde. Und das Apartheid-System in Südafrika, der auch mit der non-violenten Resistenz und der Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Also, ich versuche, kurz zu sein. Ich werde nur kurz zu sein in meiner Message. Ich werde es sich jetzt beeilen und kurz machen. Weil, unfortunately, as all of you know that, the international media is taking our case on high level of politics and they ignore what is going on in everyday life. Also, die Medien haben ganz andere Themen, die sie verbreiten und sie ignorieren eigentlich, was im alltäglichen Leben so los ist. Und there is certain parts of the media that is always trying to show us as terrorists and at the same time we're fighting in a peaceful way. Es gibt eben bestimmte Teile der Medien, die uns, also er meint die Leute, die mit ihm kämpfen in Palästina, bloß als Terroristen darstellen wollen. Also, der Punkt, der mir wichtig ist, immer wieder in Erinnerung zu rufen und dafür zu sorgen, dass die Menschen sich daran erinnern, ist folgender. Is that the life is a life and every human being is a human being. Ja, kann man jetzt schon mal klatschen für die englische Version. Ein Leben ist ein Leben und jeder Mensch ist ein Mensch. Und all the values must be touched. All the values. The values must be touched. Es geht darum, diese Werte, ja, Hochzoll. And once this happens, then the equality becomes reality and we all live in peace and harmony all over the world as we should. And as this message that we come here in this demonstration to sin always. And thank you very much. Ich denke, ihr habt es verstanden, aber ihr habt nochmal gesagt, ja, wenn uns das gelingt, eben diese Werte hochzuhalten, dann internationale Solidarität. Hey! Hoch! Die! Internationale Solidarität! Hey! Hoch! Die! Internationale Solidarität! Hoch! Die! Internationale Solidarität! Okay. Ich finde es gut, dass auch mal zwischendrin Sprechkrieg kommen. Das ist jetzt keine Übersetzung mehr von dem, was er gesagt hat. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, nachher gibt es eine Veranstaltung mit ihm im Eine-Welt-Haus, das ist nicht weit entfernt. Und wir werden nochmal ausführlicher über den Kampf dort in Palästina berichtet. Jo, viel Spaß noch mit dem Rest und schön, dass ihr da seid. Seid ruhig zwischendrin zwischen den Reden mal laut.